So, willkommen zurück zu unserem kleinen Abenteuer. Noch immer sind wir am ersten Teil von der Story dran. Und das ist die Truhe des Käpt'ns, die wir beim Einlaufen schon gesehen haben. Die werden wir dann abgeben bei Gelegenheit. Und jetzt wird es dunkel, weil in der letzten Folge haben wir ja gelernt... Ich kann Uhren lesen. Ja, Domi kann Uhren lesen und römische Zahlen. Wunderbar. So, da auf die Insel müssen wir jetzt und zack, und die Eins und die Höhlen mal rein entschlüsseln. Na dann. Ja, wollen wir den Scarabeus jetzt gleich mitnehmen oder... Ich würde ihn erstmal da lassen. Lassen wir ihn erstmal da? Ja. So. Guck mal, wer bist du denn? Ja. Ist mir egal. Was? Oh ja, was kann man denn auf dieser Insel machen? Es ist toll hier. Oh, toll. Ach. Sag mir doch, dass ich... Äh, wir brauchen eine Musitionskiste. Hä? Was? Nein, ich hab keine Munition mehr. Ist egal. Füll auf. Warte ich hier auf dich. Nein, 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 nein. Nee. Wir gehen jetzt rein. Hier, guck, das sieht doch schon mal gut aus. Es gibt hier auch noch Schlangen. Hast du noch... Warte. Toll. Was toll. Die arme Schlange. Passiert. Guck mal, hier ist eine Munitionskiste. Da war, glaube ich, eine Munitionskiste. Ja. Ja. Das ist F. Ey. Die ist leer. Da sind noch Fässer. Das interessiert mich nie. So. Och, nö. Was? Och, nö. Wo bist du hier? Lang. Ich laufe ein bisschen weiter. Ach so. Da spielt man einmal. Ich habe was Funkeltes gefunden. Ist aber außerhalb der Höhle. Hier ist eine Kiste. Und? Was ist drin? Oder was ist das für eine Kiste? Als erstes müssen wir mal das Gold nehmen. Ui, hier ist auch eine Kiste. Dekorative Kasten. Und ein... So, warte kurz. Ey. Boah. Macht das eigentlich Sinn, diese ganzen... Äh... Die ganzen Flaschen aufzunehmen? Mit den ganzen Missionen? Dann kriegst du halt... Kriegst du halt mehr Missionen. Und die kann man halt mal auch um Geld zu bekommen. Äh, auch wenn wir die jetzt sozusagen die, äh... Die, äh... Die, äh... So. Da muss ich hin. War schön, wenn du irgendwas aus den Kisten nehmen willst und es immer noch leer, dass du nicht weißt, was es ist. Was willst du mir zeigen? Doch. Folge mir. Ah ne, wir gehen hier rein. Und sind Schlangen. So. Linksrum bin ich vor uns gerade gegangen. Da hatte ich den Schatz gefunden. Ach so. Äh, ich hier hinten sollte es sein, ja. Gucken Sie mal. Da ist der Skarapius. Äh, zack, zack, zack. Er kommt mir bekannt vor. Äh... Von oben links. Ja, dann sind wir dann wirklich schon auf der Insel. Ähm... Ähm... Die, 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 die... Die 6. Hier ist noch ein Skarapius. Hm. Und... Wasserfall. Hier ist eine Kochstelle. Da unten, oder? Da sind die, die Typen. Hm. Kann ich denn das Fass? Nee. Nee. Da geht es irgendeine Leiter nach oben. Ja. Komm, Besuch. Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwo was war. Hm. Hm. Guck mal hier weiter. Ja. Also, ich habe es gefunden, wo wir es machen möchten. Möchtest du es selber suchen, bei dem Wasserfall, oder? Ach, beim Wasserfall? Also, da, wo wir gerade waren, da ist etwas... Äh... Ich höre schon mal den Skarapius. Bist du sicher? Ich habe hier auch gerade eine Höhle gefunden. Ach, echt? Ja. Na, dann gucken wir gleich erstmal in deine Höhle. Schlangenfleisch. Ich habe nämlich gerade einen Schwede gefunden. Den muss ich erstmal nach oben bringen. Ah, okay. Dann mach das. Also, ich habe hier zumindest irgendwas zum Anbeten. Mit vielen Schädeln. Ich habe hier auch gerade einen Schwede gefunden. Äh, feuerst du oder was? Nein! Was denn? Ich war gerade so nah bei dir da oben, ne? Ja. Und jetzt? Bist du tot? Da habe ich ein gebrochenes Bein. Ähm. Hier. Was zu essen? Mahjung, mahjung, mahjung. Also, ich kann nicht mehr nochmal laufen. Ah, jetzt schon wieder. Sehr realistisch. Ich habe dich da oben gestritten. Okay. Das hier sieht sehr interessant aus. Kann man hier irgendwas machen? Oder irgendwas lesen? Es sieht halt nur aus wie Flamme. Oh, wir müssen ja. Überall die Bühner. Ja, die weiß ich auch. Da oben ist ein Leuchtfeuer. Ui. Wir hätten ja auch sogar Kanonen. Nicht Kugeln? Ne, mit Essen. Wollen wir mal das angucken, was ich gefunden habe? Weiß nur gerade nicht genau, wo das hier war. Der Hönsgau versteckt sich in der Nähe der Träneninsel. Der Schleierbahn. Ah, hier ist es. Äh, wo bist du jetzt hin? Ähm, ich glaube, du siehst meinen Namen. Ja, aber ich muss erst mal. Genau. So. So. Folge mir nicht. Hier ist der Wasserfall. Heißt, um Umfälle zu vermeiden. Was machst du jetzt? Wo bist du hin? Ah, du bist dort runter. Nach unten. Aber ich bin nicht gesprungen. Ich bin den Weg gegangen. Da hinten ist das Schiff. Hä? Oh, nö. Äh, was war das? Die, äh, die Vier. Das scheint aber wegzufahren. Wobei das eher nach einem Piratenschiff aussieht. So, äh, wo muss ich hin? Da, oder? Wir waren ja hier. Ja. Musst du dich ein bisschen genauer umschauen? Ach, du meinst, geht's hier durch irgendwie, oder? Nee. Ähm, wahrscheinlich. Also ich... Red' ich mal um. Da müssen wir uns, äh, das Ding draufstellen. Wahrscheinlich. Okay. Äh, unser Schiff war... Ja, wir müssen weiter zurücklaufen. Wo ist da? Ach, da. Okay. Okay. Ich hol mal den Skarabeus. Ja. Ich geh groß Munition auffüllen. Äh, wo war's rein? Da rein? Äh, hier hinten dann, glaub ich. Ja. Mit den Figuren hat's bis jetzt noch nichts zu tun. Ah. Na dann. So. Hatte deine Laterne hoch, um Feuerscheine anzuhalten. Äh, da, 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 da. Die 6. Ja. Hä? Warum hab ich's jetzt ausgemacht? Ach so. Rechtsklick gedrückt halten. Und dann mit, äh, R, glaub ich. Okay. Ja, gut. Ah. Jetzt sehen wir die Höhle von Klüfen. Kommt grad Wasser in die Höhle? Wir sollten, glaub ich, uns beeilen. Okay. Fuck, fuck. Äh. Äh. Wie viel Dinger haben wir hier sind? Vier. Vier. Äh. Da, 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 da. Kannst du das drehen? Ja. Nochmal. Gut, lasso. Ach so. Warte. Ja. Das nächste. Äh. Mit Schwertern einmal drehen. Okay. Das drehen, einmal. Und das einmal drehen. Gut. Da haben wir sozusagen die erste Reihe. Und wo müssen wir, also. Äh. Okay. Oh. Dann, drehen wir, drehen wir das erste wieder. Hier, warte mal. Hier, hier, hier steht, Lösung eingeben. Rück mal. Dann, äh, okay. Ah, die Symbole haben sich geändert. Ah, okay. Dann, äh, drehen wir. Gut, lass. Das wiederholen wir jetzt. Das wieder. Genau. Nächstes Mal Boot. Ja. Und drehen wir weiter. Das lassen wir. Jetzt drücken wir wieder F. Hat's das? Ja. Äh, jetzt. Äh, drehen wir. Warte, kurz. Ja, genau. Lassen, lassen. Und das letzte? Das letzte müssen wir auch nochmal drehen. Gott. Und dann wieder F. Ist das? Okay. Hui. So, und was gab's da jetzt? Ah. Was? Ein Bild. Von dem draußen. Und wir dürfen wieder raus. Ah, das war der in der Mitte? Der hier. Was ist, weiß ich nicht. Ich hab' nur ein paar Mutungen. Äh, warte mal kurz. Zack. Eins. Neue Seiten, dass du bekommen? Neue Seiten hab' ich nie bekommen. Da ist ein Bild von genau dieser Stelle. Ist da noch irgendwas? Guck mal bitte. Äh, davor ist wahrscheinlich irgendwas. Wassen? Ich sag's mal so. Ähm. Unser Schiff. Unser Schiff. Unser Schiff. Nicht unser Schiff. Piraten zerstören gerade ein Schiff von jemand andres. Okay. Aber ist es egal. Davor muss irgendwo, äh, was sein. Warte mal, wie's das ist. Ne. Äh, hier müsste irgendwo was davor sein. Das sieht's aus, als wär' da irgendwas, wo man drücken kann. Ich bin für die Option. Oh, nö. Was hast du gemacht? Gar nichts. Ich hab dir meine Schaufel gezeigt. Okay. Oh, nö. Jetzt greifen sie uns an? Oder? Ja, aber ich glaub' nicht die Piraten. Alle. Was? Alle greifen uns an? Ne, ne, die, die greifen die Piraten an. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob unser Schiff getroffen wurde, weil wir Musik hören. Ich geh mal kurz gucken, ob ich das reparieren kann. Wer ist denn jetzt versenkt worden? Ähm. Zack. Nicht die Piraten. Nö, unserem Schiff geht's gut. Okay. Jetzt ist halt die Frage, was haben wir denn an Bord? Äh, äh. Gar nichts. Wen würde das nichts bringen? Aber wir sollten das jetzt mal so schnell wie möglich fertig machen, bevor wir alles nochmal von Vorn und machen müssen. Pass auf, das ist eine Schlange. Ja. So. In diesem Sinne, wir begeben uns zurück in die Höhle und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss denn. Guck mal. Tschüss. CIHT wel? Ihhh. inflammatory. In diesen Jesse mind, manchmal wie möglich, der kennt man habe, es ist doch schon ganz arg, es wird gut dispositiv oder wie möglich sein. In diesem Halb делunya.